Ja, ich kann ihn auch nehmen. Voll gut. Ja, Mann, wo sind wir hier eigentlich, Bruder? Du schaust immer noch beschissen aus, ja? Ich hoffe, ich sehe nicht so aus und zwar uncool aus wie du. Schau, ich bin halt voll... Was geht da bei dich, Mann? Du stehst nur blöd rum. Ja, keine Ahnung, bei mir hieß irgendwas von dem Broadcast und so. Ist dein Broadcast noch an, oder? Also, ich sende hier gerade parallel live aus Twitch raus, ja? Und du bist auf YouTube, oder? Ja, weil ich bin auf YouTube. Das heißt, dich schiebt man auf YouTube, ja? Also, aus meiner Perspektive, wenn ich dich jetzt zum Beispiel Mechern schuhe, ja? Sobald ich dich angreife, kommt gleich dein komischer Typ. Den kannst du mit dem dann trainieren, oder? Nee, das ist meine Tuss mit dem Helm. Was macht die denn da? Check ich es an. Scheißegal. Jedenfalls... Und auf Twitch sieht man halt mich, oder? Ja, genau. Krass, oder? Also, auf Twitch bin ja quasi jetzt ich, meine ich Perspektive, die Stefan Perspektive, und ich kann den Erkan sehen, ja? Okay, Mann. Also, in welchem Level sind wir hier eigentlich? Wir sind hier im Hostile Takeover, ja? Wir müssen immer auf den Rüst kontakten. Wir haben schon ganz schön Batscherei gehabt. Aber ich habe die Vermutung, ja? Das ist nachher noch krass, dass Batscherei weitergeht, mit Schießerei und so. Ich zeige mal kurz meine coolen Waffen, die Waffen meiner Wahl, okay? Ich habe hier eine Hyperion, ja? Damage. Ey, das geht mir so schnell weg, das Bild. 113 Damage bei der Wolf, oder wie die heißt. Boah, krasses Ding. Bei der Dahl, 15 x 13, ja? Hier, 29 Damage. Boah, nice. Und die hat halt 113 Damage. Die kannst du doch gar nicht halten, ey. Doch, kann ich die halten. Das habe ich dir auch noch nicht gecheckt. Die Cops, die was hier rumliegen tun, die grünen Dinger, die abgeschossenen. Wenn man die anschießt, kriegt man doch was. Ah, schau mal her. Ja, klar. Schau mal, die kannst du kaputtschießen. Und dann? Was passiert? Ja, fallen so. Ja, mal. Warte. Wie hart. Na krass, da ist vielleicht ein Nutzeug raus, okay? Emma und so. Alles klar, krass. Pass auf, jetzt zeige ich mal meine Waffen her. Willst du sehen, was ich für Waffen habe? Boah, es geht ab. Ja, zeig mal deine Waffen, Bruder. Also, ich habe hier einmal eine krasse. Krasse. Die ist fett, oder? Wenn du die hinstellst. Oh, fett. Als Shotgun oder als Sniper verwenden, ja? Alter, was geht ab, Bruder? Ist die fett, oder? Wow, ich schwöre, die ist fast so groß wie du. Wie kannst du die halten, Mann? Ohne Scheiße, siehst du jetzt nicht, ja? Ist die auch fett, oder? Ja, die andere, die du gerade gehabt hast, ja? Die geht halt von deinem Kopf runter in die Kniekehle. Nee, Alter, ohne Scheiße, oder? Alter, ich schwöre, Ehre. Pass auf, ich ballere das mal ab. Oh, sie geht ab. Das ist ein geiles Zeug. Okay. Hey, da hinten laufen irgendwelche rum. Ja, wenn du mal links schaust, den Gang runter. Ja? Was sind das? Die sind aber unten, oder? Was willst du? Du bist böse, oder? Schieß auf das Fass. Gut, hey. Schlau, gut. Hey, wenn einer einen großen Punkt hat, ja? Geil. Habe ich den geschossen, oder was? Ja, was schießt du auf den? Okay, krass. Ja, Mann. Oh. Auf Wiederschausen. Ja, dem hast du halt gegeben, hey. Hurensohn, 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 Hurensohn. Ich springe auf ihn drauf, was auf. Hurensohn, 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 Hurensohn. Ja, Mann, MeToo. Hey, hey. Ehre, 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 Ehre. Danke, Bruder. Wegen MeToo mache ich jetzt übrigens, kämpfe ich als Bunny. Was sagst du dazu? Ja, finde ich, hey, voll aufgeschlossen. Oder? Ja, Mann. Buddies sollen auch mal fighten. Ja, hast du recht, ja. Hey, weißt du, wir sind halt modern. Ist halt 2020, weißt du. Ja, boah krass, oder? Schon wieder ein neues Jahr, was geht ab, hey. Hey, Zeit vergeht, oder? Wie lange gibt es uns schon? Seit der Geburt. Seit der Geburt, ja. Okay, Bro. Hey, du folgst der Raute, oder? Ja, Mann, das ist jetzt der nächste Level, was wir machen müssen. Okay, okay, krass. Die Watershed Base. Schau mal, da steht eine. Wer ist das? Hey, das ist Lilith, oder? Nein, das ist die andere Tussi. Die Lolita, oder wie heißt man? Wie heißt die? Lolita, hey, Baby. Nein, Lola. Boah, das ist die Britten, oder? Alter, die Lovat. Wie so eine Schülerlehrerin, hey. Die Sabbat sofort. Die ist so scheiße animiert die Zähne. Schau mal, die Sabbat. Siehst du das? Ja, irgendeine Dame immer schlechte Zähne. Die Sabbat wahrscheinlich, weil sie voll geil ist auf mich. Wetten? Ich schwöre Ehre. Ja, wir wetten das nicht. Wetten das schon, Brusa. Ja, aber sonst ist die schon ganz korrekt, oder? Also, was sagst du? Aber mit dem Style muss ich schon noch mal arbeiten. Ja, voll. Okay, krass. Wir contacten jetzt mal den Rüß. Wie spricht man das korrekt aus, Stefan? Reis. Reis. Reis, oder? Reis, Reis, Baby. Wie Spaghetti. Oh krass. Oh krass. Hallo Reis. Hey, wir haben fünf Zuschauer. Ach, Kommentare. Ohne Scheiß, die Klasse, oder? Ja, Mann. Reis, relax. It's Lorelei. Reis. Auf Twitch habe ich einen Zuschauer. Hey, Klugscheißer. Die hat jetzt übrigens auch gesagt, die heißt Reis und ich reiß, was du laberst. Oh, das? This is my Siege-Mustache. Der stresst ein bisschen bei dem Spiel, ja? Dass der halt immer diese Sequenzen, die Getexterei. Okay, komm, wir machen so lange Ehre. Wir machen mal Ehre für unsere Zuschauer. Ere, 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 Ere. Ere, 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 Ere. Sechs Zuschauer, krass, oder, was? Der Stefan Noosmann, der schaut da aus. So sieht der Stefan aus. Übrigens ohne Base Cap. Wie schaue ich aus, Bruder? Ja, was willst du? Komm her, komm her, komm her. Ich messer dich, ich messer dich. Ich messer dich. Du wirst völlig schön sitzen. Danke, Mann. Boah, gibts gleich wieder. Wie geht das mit dem Duell eigentlich? Ich glaube, wenn die einer angreift von uns beiden, dann kommt es in Duell. Die haben voll die Kommentare rein, die können wir jetzt aber noch nicht lesen, weil wir das oft gestellt werden. Trotzdem fettes Merci für die Kommentare, die sehen wir dann nachher auf Youtube. Wir sind halt jetzt krass am Gamen, ich kann nur mal eins machen, weißt du? Jetzt loote ich halt mal. Ein paar Minuten looten. Ich hab den Typ weggeschossen. Echt? Ich bin Rüssel oder Rüssel oder wieder eins? Ich hab den Rüssel geschossen. Ich hab den Rüssel geschossen, ja. Jetzt labert sie, man muss zuhören, Betty. Find Atlas operativ und follow Lorelai. Okay, ich schlafe der Tutti hinterher. Lorelai heißt sie. Das ist halt typisch, dass du den Bunnies hinterherläufst. Du hast doch noch nie Bunnies klargemacht in deinem Leben. Ich jump von oben auf sie drauf. Wo ist sie? Hey Bunnie, was geht? Hast du bobs? Hast du Bock? Geht was mit uns? Ich schau mir mal ihren Arsch an. Einer muss mit dir labern, dann kann der andere hinterher kommen. Das ist nicht korrekt. Wofür? Voll. Die hat voll schlecht gebügelte Hose. Ich hab voll die lesbische Love-Relationship hier zwei. Okay, krass. Wir müssen ein Vehicle destructen. Das kann ich jetzt mal machen, ja? Mach mal, Bruder. Du bist ein guter Constructor. Ich lute lang. Die dicke Laber zum Leder. Was geht da draußen ab, ey? Ja, korrekt, oder? Fein Atlas-Operacle. Hey, ich fahr, oder? Hast du Karre? Ja, pass auf. Darf ich vielleicht mit? Der Stefanie, du überfährst mich immer. Alter, bleib mal stehen, ey. Ja, komm, steig ein. Ja, fahr halt nicht weg, du loser, ey. Du linke Ratten, ey. Steig halt ein. Ich mach halt nicht, was er auf das Passenger sieht. Ich will aber Garner machen. Steig halt ein. Ich mach den Garner. Ja, ich bin da, Bruder. Korrekt. Was geht? Steigst du an? Komm mal los, ey. Komm. Mach um, ey. Ja, ich will halt keinen Unfall bauen, weißt du. Du bist so der Lahn, der Loserfahrer. Was geht ab, ey? Ich glaub, wir sind da. Ich schau mal auf Karte, wo du hinfahren musst, okay? Ja, schau mal auf Karte, ey. Hey, heul halt. Heul halt auf Landkarte, Bruder. Okay, du fährst schon mal voll in die Sackgasse rein, oder? Bruder, du musst ganz woanders hinfahren. Du fährst voll aus und zwar schlecht. Fahr zurück. In welchem Universum hast du navigieren gelernt? Fahr zurück, Bruder. Jetzt rechts, 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 man. Hey, der hat einen krasse Wendekreis. Ja, du musst voll... Ja, links, links, Bruder. Links, jetzt links. Links. Hab ich gesagt, links? Und dann fährst du? Okay, geradeaus, geradeaus und dann links drumrum. Oh, krass. Ich hab dich nur aus der Map gesehen. Es ist voll peinlich. Hoffentlich sieht keiner, wie beschissen du Autofahren tust, Mann. Hast du uns wieder... Was, ich fahre ein beschissen Auto? Das ist Absicht, Bruder. Alter, du hast uns festgefahren. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, er ist korrekt, oder? Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Ja, läuft. Okay, läuft. 100, Bruder. 100. Du kannst uns mal verteidigen, ey. Was ist hier los? Ja, wo ist einer? Das ist Strom. Elektrizität und so. Das hat Kante geschaut. Äh. Auf Wieder tausend. Okay, kass, kass, kass. Okay. So. Der Manniwan. Unser Auto ist leicht verkohlt, ja? Wahrscheinlich müssen wir es irgendwann mal respawnen, ja? Boah, die linke, die feige Ratte ist weggelaufen, ey. Pass mal auf, Bruder. Du musst anders fahren. Ist mir egal. Du bist in Sackgasse. Okay, okay, okay. Hey, du und deine Regeln. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Fahr zurück, Bruder. Jetzt Drehung. 180 Grad Drehung, Mann. Alter. Hey, aus den Powers, weißt du? Oh, ich bin ausgestiegen, sorry. Bist du ausgestiegen? Ja, sorry. Hey, du bist so dumm. Ja, laber dich. Ich will wieder rein, Mann. Lass mich da rein, bitte. Lass mich Ghana sein. Ja, bleib einmal stehen, du linke Ratte. Was? Ghana. Ghana ist Land in Afrika. Du bist so die Seuche, ey. Jetzt sag ich dich mal. Seuche selber, ey. Ja, du bist echt voll die Seuche. Okay, pass auf. Okay, rechts, rechts, rechts. Rechts, ja? Welche ist rechts? Warte mal, wie kommt man da so zwei rüberheben? Das ist rechts, oder? Okay, korrekt, ja. Nein, jetzt links, 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 Mann. Links. Da links. Zurück, zurück. Links, Mann, links. Alter, wie fährst du? Links, Mann. Ich fahr meisterlich. Jetzt. Geradeaus halt, quasi. Stehst du? So, sag halt. Also andere rechts, oder? Ja, rechts, rechts. Tut mir runter. Tut mir runter. Tut mir runter. Tut mir runter. Darunter. Ja, Mann. Geradeaus. Hey, welchem Universum ist es...